Mehr als 80 HD-Sender. Wie gibt es jetzt mit Telekom Entertain IP TV zu empfangen? Jetzt hier pünktlich zur IFA 2013 Berlin hat die Telekom das HD-Angebot deutlich erweitert. Zum einen sind die gesamten Sender der RTL-Gruppe hinzugekommen. Das heißt also zum Beispiel RTL, RTL2 oder VOX können Sie nun auch in HD-Qualität über Entertain IP TV empfangen. Dazu benötigen Sie das HD-Startpaket. Dieses kostet künftig 6,95 Euro und bietet neben den RTL-Sendern auch die SAT.1-Gruppe in HD-Qualität. Übrigens beim Entertain Premium Paket ist das HD-Start bereits kostenfrei mit enthalten. Ebenfalls neu ist die HD-Option. Diese gibt es quasi nur in Kombination mit einem anderen Entertain Premium TV-Paket, zum Beispiel Big TV oder Kinderpaket, Doku-Paket, Launchpaket. Die Funktion für 4,95 Euro oder auch beim Premium Paket wieder kostenlos enthalten, schaltet letztlich alle Sender, die in diesem Premium Paket enthalten sind, dann auch in HD-Qualität frei. Also wenn Sie beim Big TV dann zum Beispiel TNT-Film dabei haben, dann würden Sie bei Big TV inklusive HD-Optionen dann TNT-Film in HD-Qualität auch sehen können. Weiterhin ebenfalls verfügbar ist das HD-Paket der Telekom für 9,95 Euro mit ebenfalls zahlreichen Premium HD-Sendern und auch verfügbar Sky bei Telekom, also zum Beispiel die Bundesliga, Filmpaket oder Sportpaket. Und auch dort gibt es eine HD-Option, die noch gebucht werden kann. Also bei Entertain hochauflosendes Fernsehen, egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, ob für Sky oder die Entertain eigenen Pakete, für Sie sind sicherlich die richtigen HD-Sender dabei. Entscheiden Sie sich jetzt für Entertain Premium. Wie gesagt, HD-Start ist mit dabei und auch die HD-Option und das für einen geringen Mehrpreis gegenüber dem normalen Entertain-Komfortpaket. Wie gesagt, HD-Start ist mit dabei und auch die HD-Sender dabei.